Willkommen zu meinem neuesten Video. Diesmal geht es um Dragon Ball Super Folge 113. Fangen wir gleich an. Also die Folge startet gleich mit dem Kampf zwischen Kauliefla und Goku. Und man merkt, dass Goku in seiner normalen Form gegen Kauliefla als zweifachen kämpft. Und er sagt selbst, dass er sie jetzt einfach angreifen kann, da er sich einfach langsam anpasst. Und man merkt sofort, dass obwohl er in seiner normalen Form ist, er sie eigentlich platt macht. Und das wird von Wiz selbst so erklärt, dass da Son Goku einfach so ein großer Kampfkünstler ist und Kauliefla blind angreift, berechnet er einfach ihre Distanz und den Rhythmus, wie sie angreift. Und wartet einfach die richtige Zeit ab und trifft dann halt einen Schlag und nutzt seinen Nutzen aus. Und was geil an dem Kampf ist, dass der Kampf von Son Gokus Seite aus ziemlich technisch ist. Er setzt den Phantombild-Trick ein von früher aus Dragon Ball. Und setzt oft die momentane Teleportation ein. Und Kauliefla ist da gar nicht drauf klargekommen, hat gesagt sogar, dass er unfair kämpft. Und Goku hat gesagt, das ist kein unfaires Kämpfen. Wenn du nicht mal sowas schaffst, auszutricksen und zu besiegen, dann wirst du den dreifachen Super Saiyajin niemals erreichen. Wo er eigentlich auch recht hat. Ja, und der Kampf geht dann weiter und Kauliefla passt sich auch langsam immer wieder Goku an. Und dann haut Goku den Zweifachen raus und sagt selbst, er kann nicht in den Dreifachen, da er einfach noch nicht genug Ausdauer hat. Und das kommt dann mit dem Kampf. Und dann mitten im Kampf haut Kauliefla eine Attacke raus, die nennt sich Crash Cannon. Und Goku ist dann ganz entsetzt, sagt, ah, das hätte ich nicht von dir erwartet, dass du so eine Kill-Attacke in der Hinterhand hast. Aber wär's hier ab, als wär's nix ohne ein Katze. Also, naja. Auf jeden Fall, der Kampf erinnert mich sehr an den Kampf zwischen Goku und Vegeta als zweifachen Super Saiyajin. Ich finde ihn auch sehr unterhaltsam und cool. Und dann hat Krillin auch und alle anderen waren ganz entsetzt, wie der Kampf so zwischen zwei Super Saiyajins ist. Was ich irgendwie komisch finde, da ja der Kampf vorhin zwischen Goku Ultra Instinct und Jiren war. Weil wahrscheinlich war es darauf bezogen, was alles zu Bruch geht und was kaputt geht, weil Super Saiyajin Blue und Ultra Instinct sind ja alles so Formen, wo die Energie ganz kontrolliert ist und da geht weniger kaputt. Aber trotzdem, sie sehen Ultra Instinct und Jiren und sind jetzt entsetzt wegen zwei Zweifachen. Auf jeden Fall fragt dann Son Goku Kale, ob sie mitmachen will, damit sie beide den Dreifachen erreichen, beziehungsweise eine neue Form. Und dann geht auch gleich ein kampflos, ein Handicap-Match, zwei gegen einen. Und ich finde, dass Caulifla und Kale ein gutes Tag-Team sind. Und obwohl die zu zweit sind, passt Son Goku sich immer mehr und immer mehr wieder an beide an. Und Muten Roshi bemerkt dann sogar, ob das vielleicht der Ultra Instinct sein kann, da Goku die ganze Zeit ausweicht und abblockt, obwohl sie beide angreifen. Und Bills war gleich entsetzt, als er das gehört hat. Aber Whis hat selbst gesagt, nein, das ist kein Ultra Instinct. Das ist einfach vom Kampf heraus, Son Goku schärft einfach seine Sinne. Vom Kampf heraus, weil er gegen beide kämpft. Und Bills war gleich erleichtert, als er das gehört hat. Und naja, natürlich will er nicht, dass Son Goku ihn übertrifft. Ich meine, ist er der Gott der Zerstörung. Und dann hauen Caulifla und Kale beide eine starke Attacke raus auf Goku. Und er wehrt sie ab, indem er kurz in den Dreifachen geht. Nur bleibt er nur ganz kurz in der Form und verwandelt sich zurück, da er selbst sagt, er hat noch gar nicht genug Ausdauer und er hat sich hinreißen lassen zu der Form. Als nächstes geht dann Kale in ihre Berserker-Form. Und jeder sagt dann, ja, sie kann die Form nicht beherrschen. Oh mein Gott, jetzt wird wieder alles zerstört. Aber Son Goku freut sich richtig drauf und ist glücklich, dass sie jetzt so stark geworden ist, damit sie kämpfen können. Ich glaube, genauso wie er und wir wissen alle, dass sie diese Form beherrschen kann. Wenn schon jeder sagt, sie kann die Form nicht beherrschen, jetzt geht es wieder drunter und drüber, dann wird sie sie beherrschen. Ja, ich muss jetzt echt sagen, die Kämpfe in dieser Folge waren richtig geil. Das hat mich richtig an Goku gegen Vegeta erinnert, aus der Buu-Saga. Und ich finde, das war der beste Kampf von Dragon Ball super. Und gehört zu einer der besten Kämpfe aus der ganzen Dragon Ball-Geschichte, wenn man daran denkt, dass er halt nur 15 Minuten ging und nicht 2 Stunden wie andere Kämpfe. Die Animation und die Qualität an sich der Folge waren auch richtig geil. Ich habe auch jetzt in die Preview reingeschaut. Wird auch richtig geil. Da werden anscheinend die Spoiler wahr, die wir alle kennen. Ich sage da jetzt nichts. Ich mache da auch kein Video dazu. Muss jeder selbst wissen, ob er sich da reinklickt und sich das anschaut. Ich finde an sich auch richtig geil, dass jetzt der dreifache Super Saiyajin so gesehen eine eigene Folge kriegt. Weil der dreifache Super Saiyajin war damals in der Buu-Saga oder in Dragon Ball Z einfach so etwas Besonderes, so etwas Starkes. Hat nur Goku gekonnt. Und in Dragon Ball Super kam er nicht mal richtig vor, weil er halt im Ausdauer frisst. Deswegen finde ich es jetzt richtig nice, dass er jetzt hier so gesehen eine eigene Folge oder eigene Folgen bekommt, wo er gezeigt wird und beigebracht wird. Außerdem wird auch die ganze Zeit angemerkt in der Folge, dass halt Kao Liefler ein richtiges Potenzial hat. Ähnlich, vielleicht nicht ganz wie Gohan, aber sie hat halt ähnlich Potenzial wie Son Gohan und auch Son Goku. Und man hat es ja auch gesehen, dass sie, obwohl sie erst seit Kurzem so gesehen trainiert durch Kaba und Goku, ist sie schon auf dem Zweifachen. Auf jeden Fall, ich wünsche euch viel Spaß bei der Episode und bei meinem Video und ciao, haut rein.